Früher erhob sich der Mensch morgens mit der Sonne und beendete seinen Tag bei ihrem Untergang. Heute ist der menschliche Lebensraum über Licht definiert. Die Umgebung wird durch Schatten und Formen gestaltet. Wir meistern die Faszination Licht. Wir planen und konzipieren, produzieren und montieren. Wir gehen auf jedes Detail ein, um Ihren Raum im besten Licht zu inszenieren. Weite und Beharrlichkeit werden verbunden. Licht ist unsere Passion. Garantiert. VHSB 3. VHSB Untertitelung des ZDF, 2020